Videos erstellen mein Making of von Tropical House Mix den ich gestern veröffentlicht habe. Das war schon lange ein Traum von mir mal so ein Video zu machen und ich packte den Link unter das Video. Ich habe gestern so einen Mix erstellt der über eine Stunde geht wo man glückliche Leute und tropische Ortschaften sieht mit dieser tollen besonderen Haus Musik im Hintergrund. Wie du so ein Video erstellen kannst oder wie ich das gestern erstellt habe das zeige ich dir in diesem Tutorial also bleib dran. Ja um kein Video mehr von mir zu verpassen abonniert meinen Kanal und betätige die Glocke für meine nächsten Videos. Wenn du mir gerne Kommentare hinterlassen möchtest oder Fragen hast dann bitte ganz einfach unten in der Kommentarsektion diese hinterlassen ich versuche natürlich darauf zu antworten. Ja und ich packe dir den Link vom gestrigen Video unten in die Beschreibung kannst du dir gerne ansehen und das ist eben so ein Video wie die teilweise hier auf YouTube Millionen Aufrufe bekommen mit einer tollen Musik Schleife in meinem Fall dieses Tropical House das mehr weniger Calgo erfunden hat mit tollen Videos die einen so richtig das Urlaubsgefühl hochkommen lassen und so ein Video habe ich relativ schnell erstellt weil das wirklich einfach geht weil man weiß wie es funktioniert und ich möchte dir jetzt zeigen wie du das eben auch einfach umsetzen kannst. Eins ist klar ich werde bei diesem Mix wahrscheinlich nicht sehr viele Klicks bekommen denn da gibt es eben Kanäle die haben mehrere hundert solcher Videos gemacht und dadurch bekommen die viel bessere Rankings aber mich hat einfach mal interessiert ob man so ein Video legal und einfach erstellen kann und ich habe einen Weg gefunden und das möchte ich dir jetzt zeigen. Also du brauchst dafür drei Zutaten das erste ist mal natürlich die Musik und vor allem Musik die du legal nutzen kannst. Du darfst nicht einfach irgendetwas bei YouTube downloaden vielleicht von den ganz bekannten Interpreten und das dann wieder hochladen da wirst du mit den Lizenzen richtige Probleme bekommen und das Video und vielleicht der Kanal der wird auch gesperrt. Das gleiche gilt dann auch für die Videos die abgespielt werden auch da musst du auf der sicheren Seite sein damit du die verwenden darfst da zeige ich dir auch eine sichere Quelle und dann brauchst du natürlich noch eine Video Software mit der du das alles bündelst und zusammen mischt und das zeige ich dir jetzt kurz. Die Musik die habe ich von der Seite epidemicsound.com da packe ich dir den Link auch unter das Video das ist eben eine Seite da musst du dich registrieren und die ist natürlich auch kostenpflichtig kostet aber wirklich nur ein paar Dollar im Monat und da hast du nicht nur die viele Genres aus der Musik sondern auch Soundeffekte und so weiter. Also wenn du Videos erstellst kann ich dir diese Seite wirklich sehr ans Herz legen da fändest du alles. Ich bin jetzt hier schon auf dieser Seite und du kannst dann eben hier auf Genres gehen und dich mal hier durchsuchen. Alles was du gerne möchtest du siehst du hast hier Beats, Elektronika und Deins, Hip Hop, Small Emotions, Du findest die alles und auch hier ganz einfach wenn ich hier auf nur auf die Lupe gehen möchte dann siehst du hier sind hier schon meine letzten Suchergebnisse also habe ich eingegeben Tropical House das gebe ich jetzt hier oben nochmal ein. Bestätige das und dann kommen hier schon hier unten schon die ganzen Tracks und da kannst du dich dann durchhorchen und das sind unzählige Tracks da kannst du dich ein bisschen durchhorchen die sind auch wirklich erstklassig aber eben teilweise Interpreten die man jetzt nicht wirklich kennt aber tolle Lieder und dann gibt es auch noch eine eine tolle Funktion hier bei Epidemic Sound das ist wenn du ein Lied fändest das dir gefällt und du möchtest eben so eine Schleife machen mit ähnlichen Songs dann kannst du hier auf diesen Similar auf diesen Button hier klicken und dann schlägt ihr Epidemic Sound automatisch Lieder vor die gleichwertig sind oder ähnlich sind also eine ganz tolle Funktion und du gehst dann hier einfach auf Downloaden klickst hier drauf und dann kannst du schon Download Full Mix und dann wird das schon als MP3 downgeloadet und das machst du eben mit so vielen Liedern wie du gerne möchtest. Das ist schon mal das ganze mit der Musik also einen Ordner anlegen und das dann da rein speichern. Dann Zutat Nummer 2 sind die Videos. Auch da gibt es viele Portale die sind kostenlos aber da fürchte ich eben ein bisschen das dann das eben mit den Lizenzen trotzdem nicht so passt. Ich nutze da Videoblogs.com da kann ich dir auch den Link drunter packen und da kannst du tausende und aber tausende solcher kurzen Clips suchen und verwenden. Das zeige ich dir auch kurz da habe ich gestern eingegeben Tropical People und auf suchen und du siehst hier du wirst ja gleich auch einige Videos finden die ich eben dann gestern im Video benutzt habe. Du siehst das ist 12 Sekunden 15 Sekunden 25 Sekunden auch da einen Ordner anlegen auf deinem PC dann speichern hier Downloaden ich habe es eben als MP4 downgeloadet und dann verwendet und alles was du dann noch brauchst wenn du diese beiden Zutaten hast das ist eine Software mit der du das zusammenfügst da habe ich Camtasia Studio schon seit Jahren. Da gibt es aber auch kostenlose Video Software die du nutzen kannst und die das gleiche kann denn da ist ja im Prinzip nicht viel dabei. Du siehst ich habe hier unten die Songs nacheinander eingefügt das ist die untere Spur siehst auch hier den Tonausschlag dass der Ton dabei ist und hier oben in der oberen Leiste habe ich nach der Reihe diese Clips eingefügt und da habe ich folgendes gemacht das habe ich mir von anderen Videos also von den wirklich erfolgreichen die lauter solche Videos machen habe ich mir das abgeguckt und das sieht man jetzt hier leider nicht so gut weil das hier nicht so schnell geladen wird da habe ich da habe ich okay das ist jetzt hier nur die Rohfassung aber ich habe hier aus dem Meer aus den rauschenden Meer ab circa zweieinhalb Minuten eine Dauerschleife gemacht das heißt das habe ich immer wieder eingefügt dann gruppiert damit das länger wird und immer wieder hintereinander das ist dann in drei Minuten erledigt dass du da eine Stunde ausfüllst da habe ich nach zweieinhalb Minuten immer nur das Meer eingeblendet und die ersten zweieinhalb Minuten habe ich dann eben solche verschiedene Clips von Personen eingefügt damit da mal ein bisschen Leben reinkommt am Anfang denn bei so einem Mix da wird am Anfang vielleicht die erste Minute oder vielleicht auch zwei Minuten schauen die Leute auch rein wie das Video selber ist aber dann läuft sowas meistens nur als Hintergrund vielleicht im Büro dass man einfach den Sound hat und wenn da von Anfang an immer nur das Meer sichtbar wäre dann ist das ein bisschen langweilig so wie du das hier siehst aber ich habe eben diese diese Kurzclips die habe ich die habe ich eben dann am Anfang von einigen Personen eingefügt das siehst du wenn du dir das Video ansiehst und nach zweieinhalb Minuten hast du dann hier wirklich nur noch dieses Meer als Hintergrund und ja wie gesagt das war am Anfang nur ein bisschen zum auflockern mehr ist das nicht dann auf Video produzieren ich wollte hier eine Stunde erreichen das ist jetzt noch die Rohfassung die war eine Stunde elf das habe ich dann noch ein bisschen gekürzt aber so sieht das ganze aus und ich würde das über die Nacht rendern lassen denn mit Camtasia Studio und meine Internetverbindung da rendert das dann wirklich ich glaube schon dreieinhalb Stunden hat das gedauert bis das fertig produziert war da musst du zwar selbst nichts mehr machen aber das braucht seine Zeit und das würde ich nicht tagsüber machen wenn du deinen PC brauchst denn da ist dann alles andere wirklich sehr langsam zumindest bei mir also das würde ich zu einem Zeitpunkt rendern wenn du wirklich dein PC nicht brauchst das war es schon zu diesem kurzen Making of Video mehr ist nicht dahinter und wenn dir das Video gefallen hat würde ich mich über ein Gefällt mir freuen hinterlasse mir auch gerne einen Kommentar und abonniere meinen Kanal und betätige die Glocke für die nächsten Videos und ich hoffe in einem von diesen sehen wir uns machs gut